Seit ein paar Wochen läuft ja Don't Bother, das neue Video von Shakira bei MTV im Fernsehen drin. Und wenn die Jungs an den Glotzen hier im Hause vorbeigehen, dann heißt es zuerst, wow, cool, bei uns läuft mal ein Porno. Dann, Moment mal, das ist doch Courtney Love. Und dann, diese Stimme, Shakira. Ja, ein wunderbares Video und morgen kommt das Album dazu. Und das nutzt MTV, um Shakira als Five-Star-Artist zu ehren. Sie ist der Erste und deswegen gibt es heute ab 19 Uhr den totalen Shakira-Alarm, genauso wie jetzt im Newsmag. Shakira-Fans, die des Spanischen nicht mächtig sind, können aufatmen. Neben Firasion-Noral Vol. 1 steht ab morgen auch Oral Fixation Vol. 2 in den Regalen. Shakira singt klar und deutlich verständlich auf Englisch. Und das haben wir ihrem immens hohen kreativen Output zu verdanken. Als ich mit der Arbeit für ein neues Album angefangen habe, hatte ich über 60 Songs. Dann musste ich in harter Arbeit die 20 Songs aussuchen, die mir am liebsten waren. Und dann kam ich auf die Idee, das Album in zwei Teile zu splitten. Volume 1 als eine spanische Platte und Volume 2 als ein englisches Album. Und das hat wunderbar funktioniert. Zum Beispiel in ihrer ersten Single-Auskupplung Don't Bother. Wer hätte gedacht, dass auch eine Traumfrau wie Shakira Eifersuchtserfahrungen verarbeiten muss? Es geht um das Gefühl, dass wir Frauen manchmal haben. Dass wir von dem Mann, den wir mögen, verachtet werden, weil eine andere Frau hübscher, größer oder besser ist als wir. Und genau das hat mich zu diesem Song inspiriert. Es wurde mich inspiriert, darüber zu sprechen. Doch dieses Gefühl lässt Shakira der Männerwelt nicht abschwören. Im Gegenteil, die Gute ist seit Jahren in einer festen Beziehung und denkt bereits an Nachwuchs. Ich möchte eines Tages Kinder haben und mehr Zeit für Gartenarbeit und zum Lesen. Ich lese so gerne. Ich liebe meinen Job. Es macht mir alles so viel Spaß. Aber trotzdem ist es viel Arbeit. Und ich mag das schnelle Tempo nicht und den Rhythmus. Ich habe nicht viel Zeit für persönliche Dinge. Aber ich hoffe, dass mein Leben in zehn Jahren etwas ruhiger sein wird und dass ich trotzdem noch eine Karriere habe. Den ersten Schritt, um das Tempo so ein bisschen zu drosseln, hat Shakira schon gemacht. Sie suchte sich ein abgeschiedenes Plätzchen, um dem stressigen Business zu entfliehen. Ich lebe jetzt auf den Bahamas. Eigentlich schon seit zwei Jahren. Aber ich kann dort nicht so viel Zeit verbringen, wie ich gerne würde. Die ganze Umgebung ist wunderschön. Und das Meer und der blaue Himmel und das heiße Klima. Ich mag die Hitze. Schließlich komme ich aus der Karibik. Karibische Gefühle kommen bei der gebürtigen Kolumbianerin aber im Moment eher selten auf. Schließlich ist Sharky gerade nonstop rund um den Globus unterwegs, um ihr neues Album zu promoten. Nächstes Jahr wird sie dann auch wieder deutschen Boden betreten, um uns mit einigen Konzerten zu beglücken. Ein unglaublich bezauberndes Persönchen, isn't it? So bodenständig und so herzlich. Und davon kann man sich auch überzeugen am Samstag um 16.30 Uhr beim MTV Fanatic. Shakira.